Ich will lieber Eis haben. Nein, Peter, du wirst das aufessen. Du, hey, komm sofort wieder zurück, junger Mann. Tu das nicht, runter von dem Stuhl, sonst gibt's Ärger. Du bekommst Ärger, du, du stellst das Eis jetzt sofort zurück. Ich mein's ernst. Ich mach keine Witze. Ich werd's nicht nochmal sagen. Oh, wenn du diesen Löffel in deinen Mund schiebst, bekommst du großen Ärger, junger Mann. Da, du, oh, oh.